Okay, ja, nachdem wir gerade einen Fail hatten mit meiner Verbindung hier, würde ich sagen, spielen wir einfach nochmal eine Runde. Ja, der spießt einfach direkt da an. Ja, ganz schön gesagt. Super, dann traue ich mal auf bereit und weiter geht's. Oh, Wolkenrennen. Ich glaube, das ist auch nicht so einfach, vor allem als erste Runde. Also es ist nicht dieser Wolkenkratzer, oder wie das heißt? Ne, heißt das Wolkenkratzer? Wolkenkratzler. Ja, Wolkenkratzer ist etwas anderes. Aber es ist übrigens auch wieder ein Rennen. Deine Theorie könnte sich bestätigen mit dem ganzen Rennen bei Duo. Ich meine, als erste Runde kommt ja sowieso sehr häufig ein Rennen, ne? Ja, ja, das stimmt. Na ja, lass uns mal mal schauen. Hast du das schon gespielt? Ja. Okay. Das ist schön. Dann gehen wir doch direkt auf Angriff. Ja. So. Oh Gott. Nein, nein, nein. Uh, okay, gerettet. Oh no. Ja. Einfach die Ruhe bewahren. Ich bin die Ruhe selbst. Ach, du siehst erst... Dieser Planeten bauernst du mich die ganze Zeit weg. Oh nein. Oh, ich hätte, glaube ich, auch durch die Mitte gehen können. Das wäre vielleicht auch eine Idee gewesen. Äh, wieso bauen sie sich da ab? So. Okay. Ja, ein bisschen Konzentration hier. Nein, wieso bin ich denn dazwischen gefallen? Das war aber Pech. Ja, du bist schon deutlich weiter vorne, oder? Jetzt schnell durch die Mitte. Ja, vielleicht kann ich uns ja irgendwie dadurch retten, wenn ich schnell im Ziel bin. Wobei ich noch nicht ganz beim Ziel bin. und hier gerade durch die Gegend fliege. Hilfe. Ich habe dich jetzt aber auch mittlerweile eingefroren. Oh, okay, ja gut. Mann. Da war ich jetzt hier ein bisschen stork, ne? Ja, schön. Und neunter Platz. Das könnte noch klappen. Ja, ich bin jetzt auch im Ziel. Ja. Ja gut. Das war doch gar nicht so schlecht. Eben. Sehen wir nochmal. Ich habe dann hier gut Zeit, den wir durchgemacht haben, auch in der Mitte bei diesen Schranken. Da bin ich gut durchgekommen. Ja. Der hat jemand ein ganz seltsames Kostüm. Dieser Bulfermeister. Keine Ahnung. Ja, seltsam. Ich kann das gar nicht richtig erkennen. Also das unten, das sieht aus wie von einem Walross. Ob das da drüber? Was ist das? Weiß es nicht. Wie der da rumfliegt. Schön. Dritter Platz. Kann man machen. Ja. Das ist okay. Was kommt als nächstes? Skiflug. Ah. Eigentlich immer ganz cool. Also mag ich. Ja. Da bin ich aber auch manchmal nicht so gut drin. Mal schauen, wie das heute ist. Eigentlich ist das schon auch am besten, wenn man immer nach unten kommt, weil dann kann man da gut in die Mitte fliehen. Ja. Ja. Ja, man darf auch bei solchen Sachen, glaube ich, auch einfach nicht zu greedy sein. Also man muss ruhig auch mal die Einser mitnehmen. Man darf nicht immer auf Gold gehen. Ja, vor allem muss ich halt immer aufpassen, dass ich nicht da so einfach an der Wand abpralle und dann runterfliege, weil das kostet halt enorm viel Zeit. 30 Punkte brauchen wir. Ja. Ich glaube an uns. Ohne Probleme. Habe ich das jetzt geschafft? Ich weiß gar nicht, ob ich da gerade... Huh. Nein, natürlich fliege ich jetzt hier runter. Ich hasse es. Jetzt passiert genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Ich fliege immer runter und pralle ab. Mann, fliege doch einfach durch diesen Ring. Ja, ich komme dran gut durch. Aber bin ich auch runtergefallen. Er ist schon qualifiziert, ne? Ja, shit. So. Ja, ja, ja. Okay. Na. Okay. Ich bin unten durchs Goldene gesprungen, das war schon mal nicht schlecht, aber es sind schon fünf qualifiziert. Oh Gott, ja. Das könnte ein wenig knapp werden. Die zweite ist irgendwie hart. Nein, natürlich pralle ich da ab. Ah, das könnte wirklich schwierig werden. Acht vom zwölf. Boah, schaffen. Können wir noch schaffen, können wir noch schaffen. Wir müssen das alles geben. So. Sehr schön. Ich habe einen silbernen. Ich habe einen goldenen. Und da unten durch den goldenen noch vielleicht? Nein. Sehr schön. Nein, ich habe gedacht, wir waren das. Oh nein. Oh, das war so knapp. 28 von 30. Sad. Och Mann. Ich habe gedacht, wir waren das, die das letztes qualifiziert haben. Ja, es war knapp. Es war knapp. Naja, wir können das nicht auf uns sitzen lassen, deswegen nochmal eine Runde. Und weiter. Ja. Jetzt schaffen wir es. Ich glaube an uns. Eben. Das war ja auch sehr knapp gerade eben. Ja. Und auch schon in einem Finale haben wir gut performt. Also. Ja. Nicht zu vergessen die eine Aufnahme, wo wir alles gewonnen haben. Alles gewonnen haben, natürlich. Die sollte man auf keinen Fall vergessen. Und wieder Hahnenkampf. Und das ist mein Klassiker. Ja. Der gute alte Hahnenkampf. Ja. Ja. Fast synchron. Fast. Okay, ist der rasiert. Ja. Auf jeden Fall. Ja, okay. Ich bin schon mal nicht direkt hingeflogen. Das ist schön. Oh, ich bin auch auf dem... Also, ich bin hingeflogen. Oh. 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 Äh, okay. Nein. Oh. Uh. Hilfe. Okay. Mann. Jetzt ist da eine Bohne vor mir hingefallen und hat mich gestoppt. Ja. Das könnte klappen. Huh. Oh mein Gott. Wieso bin ich denn jetzt so langsam... Achte Position, 21, komm weiter, ja. Fünfte Position, das ist doch gut. Schön. Dann haben wir das schon mal geschafft. Ja, in der ersten Runde rauszufliegen ist auch immer peinlich. Also, das ist... Muss man eigentlich schaffen. Das stimmt. Sind auch nicht mehr viele drin? Ja. Ist ja auch jetzt zu Ende. So, ich bin gespannt, was aufs Nächstes kommt. Ja. Das ist dann mal etwas, was wir noch nicht hatten. Nice. Totale Schieflage. Oje, oje. Naja, aber das haben wir ja, glaube ich, bisher gemeistert eigentlich. Jo. Deswegen bin ich da guter Dinge, dass das gleich was wird. Ich hoffe es doch. Ich versuche immer einen Weg zu gehen, wo nicht alle lang gehen, weil sonst hat man... Puh, schon direkt verkackt, weil die so schief sind alle, die Hütten. So, ja, ja. Ich bin noch nicht runtergeflogen. Hier auch noch nicht. Hier auch noch nicht. Erstaunlicherweise. Genau beim ersten Checkpoint. So. Hier kann man immer schön sich vorbeislegen, wenn die Tür zu ist, also das Tor. In der Seite da, ne? Ja, genau. Das habe ich beim ersten Mal auch nicht gewusst. Problem ist, jetzt ist meine Plattform so schräg. Oh. Dass du warten musst. Hm. Ja, aber ich bin relativ weit schon. Ich frage es mal. Oh nein, ich habe es geschafft. Uh, das war klar. Das ist gut. Okay, ich glaube, ich werde vielleicht Dritte. Na, okay, ne. Ich bin fünfte oder sechste geworden, aber ich meine, ich bin im Ziel. Ja, ich habe leider eben keinen Weg, der sich mir offenbart. Fünfzehn kommen weiter. Manchmal, wenn die so schief sind, kannst du auch die Trampoline nutzen. Das ist auch ganz praktisch. Also, wenn welche da sind zumindest. Okay. Ja, also noch steht da Position sieben. Damit wären wir auch weiter, aber mal gucken. Ja, ja, zehn. Elf. Aber noch ist der Timer ja nicht losgegangen und du bist ja auch gleich im Ziel. Ja. Zwölf, ja. Reichen, denke ich. Ja, guck mal. Und acht. Ja, guck mal. Das reicht doch. Oh, hier hat jemand auch einen interessanten Skin. Dankr, heißt die Person. Dankr. Ja, dankr. Ja, ich sehe es. Bauchanzug, ne? Ja. Kvalifiziert. Ja, gut. Yes. Das möchte man doch lesen. Genau. Oh, da hat jemand einen Spelunky Skin, ist auch schön. Oh, gibt es das? Cool. Das sehe ich. Stimmt. Nicht ganz synchron. Egal. Oh, shit. Das ist jetzt der Wolkenschleimkraxler oder wie ich es genannt habe, Wolkenkratzer. Das wird schwer. Ich habe das noch nie gewonnen. Ich würde auch sagen, es ist einfach generell die schwerste Map. Das hilft doch auch, sobald man in das Schleim fällt, ist man raus, ne? Ja. Das ist das Problem. Das ist, ja. Naja, wenn es auch nur einer von uns schafft, dann könnte es schon reichen, vielleicht. Weil ich glaube, hier fliegen viele raus. Okay, irgendwer ist gerade stehen geblieben, der wird auf jeden Fall rausfliegen. Also haben wir jetzt so eine doppelte Chance hier zumindest, hier. Ja. Ich muss mich echt konzentrieren. Ja, ich finde es auch hart, also. Puh, okay. Hier sind wir hinten. Interessant. Ich bin direkt hinter dir. Ja. Puh, okay, okay, okay. Äh, wie viel? Ja. Okay. Oh, shit. Oh, nein! Ich weiß gar nicht, wo das Schleim aktuell ist. Nein, 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 nein. Nein, das war's. Ja? Ich bin raus. Okay, ich bin auch drin. Oh, ich bin aber so richtig mies getroffen worden von dieser Faust, wo du auch gerade bist. Und da ist halt schon direkt der Schleim, das ist das Problem. Ja, oh Gott, ich habe auch Angst. Ich glaube an dich. Ich muss hoch, hoch. Ja. Sieht gut aus, besser auf jeden Fall als ich. Oh, jetzt musst du da drüber balancieren. Oh Gott. Ich glaube, das Ziel ist nicht mehr so weit. Oh Gott. Das ist auch so eine schwere Map. Viele Hindernisse einfach. Und der Schleim ist viel zu schnell. Ja. Okay, ich finde richtig aufgerückt hier. Lass mich hier durch. Spannung pur. Hier auch nächste Woche. Oh, wünscht man sich so. Oh Gott. Ich meine, kannst du auf der Seite nicht rausfliegen. Oh ja. Oh Gott, 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 oh Gott. Truppposition 4. Ja, wenn du es jetzt ins Ziel schaffst, könnte es vielleicht reichen. Oh ja. Die besten Elf kommen weiter und du hast es geschafft. Das müsste reichen. Huh. Richtig spannend hier jetzt. Ja. Ja, ich glaube echt, beim Trupp oder bei Du reicht es fast schon immer, wenn eine Person durchgeht, weil hier so viele Leute rausfliegen. Dann ist es, also ja. Ich finde, der Pinguin sieht so klein aus. Mhm. Das liegt vielleicht so auf nur. Also als Vierter sind wir durch. Ja. Krass. Ja, danke, dass du es noch geschafft hast und mich gecarriedt hast. Oha. Das fliegen auch echt wieder auf. Also könnte es schon ein Finale sein. Vielleicht, ja. Tatsächlich, dünnes Eis. Ich hoffe mal, meine Verbindung hält diesmal stand. Wenn wir jetzt wieder im Finale rausfliegen wegen meiner Internetverbindung, dann schreie ich. Guck mal, das wäre doch auch der perfekte Abschluss für die Folge. Ja. Wenn wir das jetzt gewinnen hier würden. Ja. Ich dachte schon, wenn ich schreie... Wenn wir es gewinnen, bleibt dran. Ja. Aber es ist auch nicht mein Lieblingsfinale, muss ich sagen. Wobei, ich glaube, das war sogar das, wo ich einmal mit Nils zusammen gewonnen habe. Nils kennt ihr vielleicht auch schon hier von, äh, Chaturanga oder so. Falls ihr das Format gesehen habt auf unserem Channel. Wir wissen noch nicht, was die klügste Taktik von den Sachen ist. Ich auch nicht. Ist es ständig zu lauten, stehen zu bleiben? Ich mache einfach so, dass ich, äh, erstmal die obersten Plattformen langsam, äh, schmelzen lasse, indem ich da einfach lange draufstehe. Hier laufen aber auch geisteskranke rum, die einfach schnell die Plattform alle auflösen. Ja. Ist noch niemand ausgeschieden. Diese weihnachtliche Musik. So viele Ebenen hat das auch gar nicht, ne? Nee. Hey, jetzt wird's langsam knapp hier. Eine Person ist schon raus. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, dass ich hier die ganze Zeit am Rand langlaufe. Ah, nein. Immer ich fliege als Erster raus, ne? Ja, du bist schon raus? Ja. Das ist scheiße. Du musst mich wieder carryn. Ja, ich versuche. Hm, es sind noch ein paar Leute drin auf jeden Fall. Hm. Aber du bist ein bisschen abseits. Das ist vielleicht nicht schlecht, weil die tummeln sich da alle an einem Ort. Fünf Leute schon raus. Boah, das wird aber auch langsam knapp. Pass auf, dass die dir den Weg nicht abschneiden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ja, das werden wir jetzt auch. Jetzt, okay. Das könnte sogar klappen. Ja. Oh, oh mein Gott, vielleicht, ich glaube, du hast mehr Plattformen. Nein! Oh, ich bin dumm. Ich bin dumm. Oh Gott, den habe ich jetzt nicht kaum gesehen. Oh, schade. Aber du hast auf jeden Fall richtig gut gespielt. Also es war wirklich sehr, sehr knapp. Also war nur noch eine Person drin? Ja, ja. Oh, guck mal, der Spelunky und der Taucher, über die wir geredet haben. Ja, danke. Ja, aber ich finde trotzdem, das war eine spannende Runde. Eine spannende Runde. Ich finde, so kann man aufhören. Das ist absolut in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Diesmal kein Verbindungsabbruch und ich glaube, meine Stimme wurde diesmal auch aufgenommen. Das ist schön. Ja, ich bedanke mich dafür, dass du mich durchgecarryt hast am Ende. Ja, gerne doch, gerne doch. Ich bedanke mich für die Einladung. Ja, ja. Und ja, wir werden uns bestimmt nochmal hier in irgendwelchen Formaten sehen, beziehungsweise ihr werdet uns hören. Ich auf jeden Fall. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen, Zuhören und bis zum nächsten Format, bis zur nächsten Folge, was auch immer. Ja. Tschüss. Tschüss.